Da, wir haben's richtig eingegeben. Da, ihr seht's. Wir haben's fucking nochmal richtig eingegeben. Da, kann man's lesen. Ne, ist überleuchtet. Da steht H-A-T-E-E-D-B. Und was steht hier als Lösung? Genau dasselbe. Bullshit. Fick dich, Spiel. Fick dich. Sollte aber eigentlich richtig sein. Ja, es ist richtig. Da. Wir haben die Lösung gesehen. Es ist richtig. Ob das so schlau ist, irgendwelche Zaubereien zu vervollständigen? Was ist das? Verbinde angrenzende gleichzeitigen Totenköpfe miteinander, damit sie aufleuchten du und du sie vom Spielfeld entfernen kannst. Du kannst die Totenköpfe ja auch in sozial, vertikal und diagonal verbinden. Du minütest mindestens zwei Totenköpfe... achso. Achso. Okay, ich verstehe. Okay, hätte ich vorher wissen müssen. Kann ich eigentlich durch... ne, durch Stinger kann ich nicht machen, okay. Hey, bleibt ein Roter über. Ach nee, achso. Mindestens drei, ja. Okay. Also hier müssen wir die richtige Lösung finden. Ist ja auch schon verkehrt. Achso, okay. Okay. Können wir uns nicht andere durch... Können wir uns nicht andere durch... Können wir uns nicht andere durch... Können wir uns nicht mehr durch... Können wir uns nicht mehr durch... Äh, solche Rätsel sind okay. So, das finde ich vollkommen okay. Was haben wir jetzt bekommen? Eine Rune. Hier Rune. Verwende die Augen damit sie... Verschiebe die Augen, damit sie sich näher der gleichen Farbe im Kreis sind. Hier ist Orange. Wie kann ich die Dinger... Hä? Wie habe ich sie jetzt verschoben? Achso. So kannst du sie verschieben. Okay. So, die Stimmen, die Bauchmode hier unten. So. Bauchmode hier Grün, Orange und... Gelb. Das ist natürlich ein bisschen noch in der richtigen Reihenfolge. Oh, Soweitaktorlist. Cool. Ich bin ein Genie. Kappa. Eine Sphäre... Warum die Sphäre hierfür? Das ist ein Rätsel am anderen gerade. Furchtbar. Verschiebe die mittlere Spinne, um die anderen Spinnen zu sammeln. Und stelle mit ihnen das darunterliegende Design nach. Was? Was? Was ist denn darunterliegendes Design? Ach, ach. Jetzt verstehe ich. Okay. Nein, was machst du? Die Steuerung ist zu tough in den Arsch. Okay. Das Spiel quillt einem gerne, hab ich das Gefühl. Wie ich daraus komme. Ich weiß es nicht. Naja, fast hat es. Du kannst auf den Arschern sammeln. So, Garten. Dann nochmal. Ich bin direkt den ersten Zug schon verkackt. Was soll ich denn da drin kleben? Scheiße. Das passt hier alles. So, du noch her. Okay. DieTE her. Ja. Ja. Ich bin direkt drin. Na, Kinder, habt ihr schon Spaß? Okay, ich darf den da oben auch nicht nehmen. Das ist jetzt wirklich den erst, dann den, dann hier rüber. Nein, den darf ich auch noch nicht nehmen, okay. So. Oh. Fuck. Ugh. Fuck. Salz runter. Was bist du denn? Ich muss den Wächter aufhalten. Auch das ist mir nur mit einem Amulett möglich. Gut, dass wir das haben. Info. Schieße die passenden Bälle. Schieße die passende Bälle, um sie zu vernichten. Pass auf, dass sie nicht in die Hände fallen. So, jetzt gerade. Warte, lass mich warten, ist es jetzt vorbei? Ja, sag ich, ja. Aha. Wie viele von diesen Scheiß-Bällen muss ich denn hier rumballern? Ja, natürlich. Boah, wie langsam fliegen diese Scheiß-Dinger denn noch? Holy shit, wie sollen wir denn da rechnen? Bist du mich verarschen, Spiel? Alter, auf die Schnurze. Ganz ehrlich. Oh, der hat gepasst. Komm hier direkt vorne hin. Oh, der hat auch gepasst. Cool. Der passt natürlich wieder komplett gar nicht. Natürlich. Spiel will mich natürlich trollen. Natürlich. Ach, wir können auch vorbeischießen. Gut zu wissen. Oh. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Warum wird der jetzt nicht aufgelöst? Oh. Oops. 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 Ich bin dann merken, das war jetzt ein Hohn, das Letzte. Pet war jetzt einfach nur ein Hohn. Das Zweite war das Schwierigste. Hier kommen wir immer noch nicht rein, aber wir können jetzt den Weg freimachen. Hier, tot. Sterb. Böden, was ist hier los? Hoffentlich lebt er noch. That what she say. Was haben wir hier? Ich bin einfach so ein Schnee. Sieht aus wie Ter. Ja, als den Meister bei Elzheim runterkratzen können. Oder nimm die Finger. Äh, wollen wir noch was für? Tasche, die müssen wir wahrscheinlich aufschneiden. Wie ich das Spiel könne. Ein Chameleon Objekt wieder mal. Die erste Tasche, die einfach aufgeht. Die erste Tasche, die einfach aufgeht. What? Ist dann in das Haus, und dann ist in das Haus eingebrochen. Ich habe eine riesige Leerzäule. Vermutung, wer es war. Ich weiß, dass ich bald ihre Hilfe brauche. Irgendwie bin ich froh. Doch mir ist auch unwohl. Brandon. Ja, das waren wohl wir, ne? Achso, ja, gut. Wir konnten Wölfchen machen. Aber wo brauchen wir Wölfchen? Das ist ja jetzt gerade die Frage. Hä? Achso, achso. Wir dürfen uns wieder frei bewegen. Ich vergiss das immer. Was haben wir hier? Reinigungsmittel und Symbole. Symbole. Symbole, bole, bole. Hä? Bimmelbild. Ja.